Die Prinzessin von Wales Kessrin hat Krebs und unterzieht sich einer Chemotherapie, eine Offenbarung, die die Prinzessin von Wales am Freitag in einer vom Kensington Palace veröffentlichten persönlichen Videobotschaft mitteilte. Die Nachricht kommt nur wenige Monate, nachdem sich Prinzessin Katharina am 17. Januar einer geplanten Bauchoperation unterzogen hatte. In einer neuen Nachricht sagte sie, dass man zum Zeitpunkt der Operation davon ausgegangen sei, dass das Problem nicht krebsbedingt sei, letztendlich ergaben postoperative Tests, dass Krebs vorlag. Die Idee, dass Megan glaubte, sie könnte einen rivalisierenden königlichen Hof gründen, ist einfach lächerlich, und Katharines Diagnose beweist, dass sie nie den gleichen Respekt erlangen wird, den die Leute vor Kessrin haben, ganz gleich, wie viele Lügen Megan verbreitet hat und wie viel PR sie sich erkauft hat. Heute muss Megan erkennen, dass die Nation hinter Prinzessin Katharine steht und ihr eine enorme Unterstützung zuteil wird, nachdem sie ihre schockierende Krebsdiagnose bekannt gegeben hat. Prominente Politiker und die britische Öffentlichkeit haben der Prinzessin von Wales ihre besten Wünsche geschickt und geschworen, für ihre Genesung zu beten. Nachdem Katharine bekannt gegeben hatte, dass sie sich nach ihrem Krankenhausbesuch im Januar wegen einer Bauchoperation im Anfangsstadium einer vorbeugenden Chemotherapie befinde, versammelten sich Menschen in ganz Großbritannien und auf der ganzen Welt, um die Ankündigung anzusehen und zu lesen. Viele wurden vor dem Buckingham Palace und dem Kensington Palace gesehen, wie sie mit schockiertem und besorgtem Blick die Nachrichten auf ihren Mobiltelefonen lasen. Paula Hattel, die Mutter von Toni Hattel, bei dem vor zwei Jahren Darmkrebs diagnostiziert wurde und der Kessrin kennengelernt hat, als sie im Dezember das Evelina London Children's Hospital besuchte, sandte der Prinzessin ihre Gebete und tritt ihr, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Rishi Sunek leitete Unterstützungsbotschaften aus dem gesamten politischen Spektrum für die Prinzessin von Wales, nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass sie sich einer Krebsbehandlung unterziehe, und Premierminister Justin Trude übermittelte im Namen aller Kanadier unterstützende Worte. Auch der neuseeländische Premierminister Christopher Loon äußerte ermutigende Worte. Das Weiße Haus von Joe Biden drückte der Prinzessin von Wales nach ihrer Ankündigung sein Mitgefühl und ihrer Unterstützung aus. Eine Frau schien sich eine Träne aus den Augen zu wischen, als sie auf ihr Telefon schaute, als die Nachricht bekannt wurde. In der Zwischenzeit waren andere Leute am Freitagabend in der Kneipe unterwegs, um etwas zu trinken, als die Nachricht bekannt wurde, und unterbrachen ihre Gespräche, um die Prinzessin von Wales im Fernsehen in einem Londoner Pub zu sehen. Seit die schockierende Ankündigung bekannt wurde, wurden Menschen gesehen, die sich vor dem Königspalisten in London versammelten, und Menschenmassen versammelten sich vor dem Buckingham Palace und dem Kensington Palace. Mehrere Organisationen, deren Schirmherrin Katharina ist, haben ihre Unterstützung für ihre Genesung zum Ausdruck gebracht. Eine Quelle sagte, Meghan Markle sei wütend, weil sich die ganze Welt auf Prinzessin Katharine konzentriere, und die Veranstaltung von Harry und Meghan gestern Abend sei überschattet worden, weil viele Amerikaner nur an Neuigkeiten über Katharins Gesundheitszustand interessiert seien. Niemand achtete auf das Ereignis, bei dem das Königspaar dieses Monats, Prinz Harry und Meghan Markle, während einer Ausstellung über schwarze Kunst und Geschichte in Los Angeles eine Rede hielt. Sie wurden bei der Veranstaltung der Kinsey African American Art and History Collections im Sophie-Stadion abgebildet. Die TV-Persönlichkeit Char Robinson hat heute auf Instagram ein Bild des Paares bei der Ausstellung gepostet, wie er Mikrofone hielt und zu einem Publikum sprach. Aber niemand kümmert sich darum, was Meghan tut. Sie hat keine Ahnung von Kunst und er auch nicht, egal wer der Künstler ist oder welchen Hintergrund er hat. Wie viel musste sie für diesen Ausflug bezahlen? Die Liebe und Verehrung für Kessrin geht über die ganze Welt hinaus. Sie hat die diskriminierenden Anschuldigungen, die gegen sie erhoben wurden, ruhig und mit Anmut ertragen. Mitten im Kampf gegen den Krebs lebt sie ein Leben in treu zur Familie, zur Krone und zum Land. Sie geht würdevoll und prinzipientreu. Die Verleumdungen, mit denen sie sie beworfen haben, blieben nicht hängen und werden auch nie hängen bleiben. Hier ist die Verleumdungen. Vielen Dank.